so jetzt hier so das wird jetzt wieder bei mir ein bisschen länger dauern obwohl doch nicht ballrace das war hier spielen das ist cool ja warte noch auf mich ich bin joint q warte noch auf mich so wo bist du unser ballrace na hier da bist du ja na dann los zombie massaker ist krank wir spielen alles irgendwann hier also ich weiß dass wir das hier spielen weil das geht zu zweit oder warum hat sie mit denen zu fünft spielen geht nicht warum bist du nur raus warum geht das nicht darum weil es nur zu viert geht obwohl zombie massaker stadion vier von sechs das ist doch rein oder nein so was nehmen wir empfinden ja lass uns mal damit anfangen wir spielen jede map durch da sage ich mal es wird auch noch ausgelost ausgelöst aber ist ja cool als wir gibt es verschiedene maps ich wusste das nicht natürlich junges ist toll ich werde verkacken kannst du nicht hüpfen Hey, warum bin ich nicht drin, Alter? Was soll denn der Betrug? Ich bin durchgekommen. Ja, was will ich denn da machen, Alter? Ich war nicht drin. Hier gibt es so mehrere Level, ist ja cool. Das erinnert mich an Super Monkey Ball. Nein! Nein, halt's ab! Wir müssen ja nicht ins Tier rein. Haha. Because you are very bad. Du musst doch ab rein müssen schauen. Ich weiß doch nicht, wie die Engine hier ist, musst du hier erstmal rein fuchsen. Ja, es wird schon. Spill doch mal deine Face, Alter. Ich war auch nicht so oft hier in diesem Minigame-Ding. Aber Gott wird bocken! Hä, was?! Was bringen die Melonen? Punkte oder so aber ist nicht richtig. Ist irrelevant. Fuck! Du kannst dich ja trotzdem sammeln, wenn du so gut bist. Das ist easy oder was hier? Das ist easy. Halt's Maul, Alter. Das ist auch nicht ganz einfach. Hey, ich bin runtergefallen. Okay, und jetzt schau mal Fire zu. Was bringt denn die... Ja, hier Melonen einsammeln. Hm. Merkst du, Melonen? Ja, Wassermelonen sind auch sick. Oh fuck. Ich hab ne goldene Wassermelonen. Jawoll. Was bringt denn die goldene? Siehst du mir zu? Ja, ich bin im Ziel. Jetzt muss ich dazu gucken. Was bringt die jetzt? Keine Ahnung. Hä, Talus kommt rein. Was ist denn das? Der ist einfach AFK oder was? Ne, der ist nicht AFK. Ach, Talus. Ach, Talus. Ach, Talus. Ach, Talus. Du bist in Ruhe. Schnell, du brauchst mehr als der, ne? Ach, Talus. So ein Pisser, Alter. Der hat immer die ganzen weggeklaut. Wie viel hab ich? Ich hab 42. Ich hab 34. Ich hab 34. Der Erster. Ja, ich hab nur mal gespielt. Ich hab nur mal gespielt. Ich geh mal links lang. Ja, aber hier müssen wir halt echt mal alle Level spielen. Ist ja voll cool. Ohohoho. Scheiße, Mann. Ich hab nur noch ein Leben bei dieser Strecke. Second try. Ach, Talus. Das ist besser als... Ich hab die Strecke auch nicht. So, Dokogamer, du hast es geschafft. Endlich. Ja! Alter, man hätte der Ultra abkurtst... Ha, Talus, ist AFK! was ist das jetzt? Achso, du musst runter. Mann, was ist denn das für'n Scheiß? Egal. Ha, Zalus! Komm schon, schnell, dann kriegst du noch Zalus. Ne, ich wusste nicht, dass man runtergehen muss und dann ist er irgendwie runtergefallen. Voll der Scheiß, Mann, da weißt du manchmal echt nicht, was du machen sollst. Du schreibst mal vor, Zalus schreibst so, bad, very bad, noob. Dann sagst du einfach, come on, 101, lasertag. Na ja, da fick ich den. Fickst du den an? Puh! Alter, aber der ist echt nicht schlecht in dem Spiel. Da zögt das bestimmt den ganzen Dach. Kann gut sein. Oh, aber Talus hängt immer weiter. Oh, fuck. Come on, go, 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 go. Oh, go, 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 go Aber der sammelt auch voll viele Melonen ein. Warum sammelt der die Melonen ein? Weil die extra Punkte geben. Aber ich hab die Punkte nicht nötig. Lieber erster sein, oder nicht? Ja. Hä? Was? Hier ist das Ziel, lol. Endlich bin ich mein erster. Hallo, wo muss ich denn landen? So lange trinke ich das mit einem Schluck Cola. Von der Marke Coca-Cola. Gönnt euch. Sag mal gut, Talos. Yo, easy, Talos. Sag doch selber. Boah, wie am Geiern ist. MAAA, du Hörnsohn. Du darfst nicht einmal runterfallen, Alter. Dann hast du schon den ersten Platz, haben dich sonst versaut. Fucking Talos. Easy, peasy, lemon squeezy. Easy. Boah, Thomas. Easy. Sag mal easy. Boah, 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 boah. Thomas, boah. Feuer, wie wärs, wenn du sagst easy. So, come on. Easy. 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 Boah, 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 jockey game, äh, boah, 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 boah. Talos, boah, 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 boah. Ja, und wer hat jetzt gewonnen? Return now, oder? Ich will zum Menü eigentlich. Okay. Ach so, dahin, oder was? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, das war wieder in den Frankfurt-Server. Ich dachte, zu dem Menü vom Spiel, damit wir die anderen Maps auswählen können. Mach hier, du kannst doch direkt zu Game Worlds hier unten, musst nicht zum Plaza. Ja, zu spät. Bist du schon bei Game World, oder was? Nee. Aber du kannst dann da direkt da spielen. Musst du ja nicht extra hinlatschen. Na, ich bin bei Game World. Bei mir dauert das ja eh nicht lang. So, hier gibt's Mini-Golf. Wir wollten, wir wollen machen erstmal Ball Rays weiter, ne? Können wir machen. Aber es gibt echt ziemlich viele Maps hier, und eine Map dauert echt schon ziemlich lang sogar. Ich find's echt cool eigentlich. Baut jetzt ein bisschen, bis das Plaza geloadet ist. Dann wird das ja echt ein ziemlich langes Projekt, wenn man's mal so sagen kann, wenn wir mal alles hier echt machen wollen. Oder? Ja. Ohohoho. Das war ein Mini-Golf-Spiel mit denen, oder? Nee, Spaß. Wir spielen Ball Rays. Das kann nur lange dauern. Ja, das Ball Rays, ne? Ich muss aber noch pissen. Mach hin, ne? Was denkst du dazu? Ich muss pissen. Ich muss pissen. Oh, ich bin in der Lobby getrunnt. Ich bin in der Lobby getrunken. Ja, ich bin in der Lobby getrunken. Ich muss das Kraut runter gehen. Ich muss das. Ich bin in der Lobby. Ich muss das. Was ist das? Ich kann mich nicht mehr aufgerufen. Ich bin in der Lobby. Und ich bin da. das ist ja voll cool alter das trampolin beziehungsweise eine schleuder er dann kannst du wieder von da wir zurück so cool was ja was sind jetzt wo bist du ich komme jetzt mal was schreist du du fett sack aber dieses little crusaders spricht mich auch an aber das habe ich noch nie gespielt wenn ihr alles noch gemeinsam spielen ja aber schnell aber schnell war die ganze nur auf dich komm her jetzt noch renne guck mich an du Arschloch ich mach das die ganze zeit ich springe hin und her komm jetzt her ich finde es voll unnötig dass wir jetzt auch noch schön hier auswählen müssen zwischen den beiden ich stehe mir vor wie joker so in der camp tanzt zu was denn zu dieser musik ich bin joker live joining joker gamer das wird ja immer cooler hier hey okay man muss dann mit dem speed gehen hey wie soll das denn gehen ja und dann ich bin tot keine ahnung was das für ein level ist das soll auch easy sein ich hab's geschafft easy ich hab's doch geschafft easy ja ich bin gestorben weil du da auch schlecht bist man sieht hier nix jaaa hahaha ah das finde ich sogar eigentlich cool das hier aber das erste level von die scheiße was ist denn das was 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 ist das was ist das ja wow 8 sekunden ist hab ich niemals das uns vergessen ja aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaah nun scheiße du so immer du fettsack mach so deinen eigenen stream du fettsack easy Ja, was ist denn das für'n... LOL, ich hab' ne goldene Melone bekommen. LOL, ich bin 100% MANN, IST DAS ASOZIAL! I found a gold melon. Easy. Easy. Maste go, Joker. Ich komm' mit der Steuerung überhaupt nicht klar, Alter. Überhaupt nicht. LOL! Bin ich im Ziel jetzt? Ha, easy! Ha, 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 ha! Hä? Guck mal! Was? Du brauchst den Speed, du Idiot. Hey, wie hast'n du abgekürzt? Tja, ich bin einfach durchgegangen. Genau so und dann da durch und dann fertig. Nell, easy. Ja, so easy hab' ich's gemacht. Das ist ja voll getrug. Kann man sich das ja schenken? Nö, ich dachte, das geht so. Da ist ja voll lang, Alter. Das alles andere ist ja noch voll lang. Bist du nicht so einer, der sagt, ha, ha, du bist gestorben oder was? Verpiss dich doch, du Arschloch! Ich schreie nicht so, du Fettsack. Lackersohnenhöhren. HAHAHAHA! Ach, ne, obwohl, doch nicht. Ja, hier, kann man auch nehmt. Boost! Ja, geiler Boost auf jeden Fall. Halt! Oh, Joker gewinnt. Jetzt freut er sich auch mal. Ja, du Feier. Kein Skill oder was? Was hat denn das damit zu tun? Hahaha! Geil! Sonst kannst du alleine spielen. Feier, wieso hast du doch kein Skill? Okay, kannst du alleine spielen. Hahaha! Du Minecraft-Steve-Bodybuilder. Der klatscht dich heute weg. Du wartest hier, du Muschiho. Ah, mein Gott! Nein! Der klatsch! Ich hab ihn noch nicht. Wie ist es? Es ist kein Spiel. Ich hab ihn noch nicht. Wie ist es, wenn du... irgend-Oh! Wieso? Dass du siehst? Wieso schon? Ja, du musst du denn? Das integratedes Modell? Wie ist es? Bis zum nächsten Mal. Ich brauch mich überhaupt nicht. das gefällt das spiel gefällt mir echt easy win wieso ich hab sogar gewonnen war ja so easy win dann hab ich gewonnen ich hab die komplette untere reihe alter hey was ist denn das was sollst du denn die wahre hat er muss die knopf drücken oder was du wärst so was von gleich runter gefallen das ist einfach mal so abgebrochen kann ich doch nix machen wenn ich alle leben verliere so musst du nicht dass du schon zweimal gestorben bist da stehe ich ja nicht einfach umsonst da links immer meinst du ich schau da mal rein oder was ich hab die gold ne was ich will die goldene melone nein ich will die goldene melone ist alles was willst du damit komm ich wieder so hä fuck scheiße ich hab das total vergessen wo ist die denn tja wo sie ist haha tja ja ok dann was denn ja die wirst du doch schon finden man ja toll out of lives dank hahaha was denn ich hab ich hab die goldene melone ich hab ich hab ich hab ich hab kein bock mehr auf das spiel also ich geh raus spiel da was anderes haben hast du keinen bock auf die spiel warum mal die fressen nur wegen der melone oder hahaha schutz wegen der goldenen melone hey hey war es scheiße ja ich bin auch gestorben die ganze zeite bestimmt nicht für dich aber wieso ist das hier easy alter warum ist das halt easy sind die anderen level noch härter oder was weil du scheiße bist ich hoffe ich niemals ganz vergessen das level ist auch asozial deswegen hast du es ja auch geschafft feuer hey schon wieder das level hat man das nicht gerade eben ich habe es geschafft was so gleich keine mehr und das denn das sind doch die easy maps die fressen tschüss Tschüss. Lach nicht zu bleiben. Ja, okay, ich bin allein weiter. Warum haust du ab? Was ist denn los mit dir, Feuer? Halt die Fresse. Hahahaha. Das waren doch eben nur noch zwei Maps. Schön für mich. Easy peasy, Feuer. Halt die Fresse. Hahahaha. 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 Tschau. Hahahaha. Ja, lass halt weiterspielen. Was ist mit dir? Warum bist du so angepisst? Schnauze. Das ist doch nur ein Spiel, man. Beruhig dich doch mal. No, so. So, Feuer, lass weiterspielen. Ballrace. Nein. Nö. Hahahaha. Ja, aber guck mal wie du dich verhältst. Schön, ja. Halt einfach dein Maul. Gutes. Tschüss. Tschüss. Hahahaha. Hier soll ich denn doch nicht lachen, du hafst einfach ab. Hahahaha. 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 Hältst jetzt dein Maul? Wer ist denn jetzt reingejoint? Hältst jetzt dein Maul? Wer ist denn raus und rein? Deine Mutter. Hahahaha. Hey, bist du raus aus dem Call? Nee. Was nee? Woher soll ich denn das wissen? Ich bin naht, Alter. Woher soll ich denn das wissen, Feuer? Ja, wer ist denn sonst hier im Call außer ich? Weiß ich doch nicht, was du gemacht hast. Gar nichts. Da kommt Feuer, lass wir jetzt Ballrace spielen. Nö. Wieso denn? Nö. Warum denn? Nö. Warum denn? Nö. Hahahaha. Hahahaha. Nur weil ich lache, oder was? Ja. Weil du mich auslachst. Ja, du lachst doch auch sonst immer, wenn ich irgendwas mich feile, Alter. Aber wenn ich dich auslache, dann heulst du rum, oder was? Nee, gar nicht. Hast du jetzt immer gelacht? Ich zack ein anderes. Ey, die spielen auch mit. Komm, Feuer. Nö. Wir spielen dann zu sechst. Nein. Hop, Feuer. Nö. Junge, was ist denn mit dir, Alter? Was denn mit dir? Kein Bock. Hallo. Nö. Hehehehe. Feuer, Fly, LP, Joints. Sauber, komm. Ja, nö. Aber nicht bauen, weil ich schock jetzt was anderes. Junge, was ist denn mit dir, Alter? Ich will das nicht mehr spielen, nein. Lass doch mal die anderen Maps noch gucken. Nö. Kannst ruhig machen, ich nicht. Junge, was ist denn das für ein Let's Play hier, Feuer? Ja, nichts. Ist mir egal, du kannst es ruhig den Leuten zeigen. Ganz von. Ja, was ist denn das für ein Together Let's Play, Feuer? Ja, und ich will was anderes spielen. Okay, was ist denn mit dir? Das ist doch eins nach dem anderen machen. Boah, ist ja schwul, letzte Map, die ich mitspiel. Aber da sind noch so viele Maps, wir zeigen alle. Ja, letzte Map. Tylksam ist es nicht das eben alles in meinemapor Geld' obscure. Ja, sprechen emargt kein Problem. Ja Laatmen. Ich bin eigentlich nicht lieber da, wenn dir mein Amp 열�ierter Mal REALLY ist, wenn du keinen knifeig für den AufWouldn、 Weil, wirklich verklautig das jetzt mal ganz gut schauen!